Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Blick auf Europa lässt viele Menschen besorgt sein. Aber nicht nur der Blick auf Europa, sondern auch auf unsere eigene Gesellschaft. Wir müssen feststellen, dass die Spannungen und die Differenzen zwischen den Nationen wachsen, dass innerhalb der Gesellschaften sich Scheren auftun. Scheren des Besitzstandes, Scheren der Bildung, Ungleichheiten. Wie wird unser gemeinsamer Weg in die Zukunft denn verlaufen? Auf diese besorgte Frage gilt es, Antworten zu finden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir als Christen haben einen besonderen Beitrag zu leisten, damit dieser gemeinsame, friedvolle Weg der Völker in Einheit und Gerechtigkeit gelingt. Als Christen erkennen wir selbstverständlich Individualität, unterschiedliche kulturelle Profile an, von Heimat, von eigenen Traditionen. All dem gilt es mit Respekt zu begegnen. Aber über allem steht doch das Wort des Apostels Paulus, dass wir durch die Taufe bereits einer sind in Christus. Dass es zwar durchaus Grenzen geben mag, aber niemals Abgrenzungen und schon gar nicht Ausgrenzungen. Ein großartiges Potenzial, das wir in unsere Gesellschaft auch in den Weg eines geeinten Europas einbringen können. Schauen wir auf unsere Wurzeln, auf dieses Einssein in Christus, das uns schon immer mit Menschen verbindet, die uns vielleicht rein äußerlich ferne erscheinen. Aus dieser Einheit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gilt es zu leben. Und diese Einheit wollen wir als Christinnen und Christen fruchtbar machen. Ich rufe Sie auf und ich lade Sie ein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gehen wir gemeinsam diesen Weg an. Packen wir es an. Bringen wir unsere geistlichen Potenziale mit in die Gesellschaft ein. Auf das der gemeinsame Weg in Europa gelingt. Und er wird gelingen, wenn wir, wenn ich anfange, dieses Pfund fruchtbar zu machen, dort, wo ich stehe. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Mut und Gottvertrauen, Aufbruchstimmung, damit der gemeinsame Weg in Europa gelingt. Und dass dieses Gelingen seinen Anfang nehmen möge, dort, wo ich stehe, wo ich Verantwortung trage, soweit mein Arm reicht. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes Jahr 2019.